Oh, yeah, alles oder nix. Oh, yeah, merro, 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 öh, merro, merro, öh. Yo, meine lieben Freunde, gefühlt fast jede Woche gibt es immer wieder mal geile Hits, ja. Man hat, man hat man überhaupt noch die Möglichkeit, diese Dinger jetzt zu genießen. Also, man genießt einen Song und dann eine Woche später gibt es wieder den nächsten von einem anderen. Und ich komme ehrlich gesagt da gar nicht mal hinterher oder bin ich jetzt ein alter Opa geworden? Und ich habe da keine Ahnung, man, irgendwie ist der Markt so überflutet, ja. Also, ich habe ehrlich keinen Überblick mehr, ja. Mittlerweile kommen Tracks raus und ich habe sie mir noch nicht mal reingehört. Und dann ein, zwei Wochen später, öh, der hat ja einen Trick rausgehauen. Also, es ist wirklich heftig, was im Moment auf Spotify so abgeht, ja. Auch generell jetzt, Deutschrap ist wirklich krass am Leben, Alter. Es hört ja gar nicht mehr auf, ja. Ja, meine lieben Freunde, am Donnerstagabend um 23.59 Uhr kommt AZ Single Money Money plus Videoclip raus. Meine lieben Freunde, ja. AZ kämpft an dem Abend gegen den, ja, ich würde mal sagen, preisgekrönten Goldrapper, Platinrapper, was weiß ich, was er alles schon geschafft hat. Gegen den Mero, ja, mit seiner Single Mein Kopf ist so gefiggert, ja. Ich glaube, so hieß der Song oder nicht. Was für mein Kopf, Digi. Ja, am Donnerstag gibt es auf jeden Fall eine richtig geile Kombination, meine Lieben. Von erst AZ reinballern, dann Mero oder erst Mero reinballern, dann AZ, ja. Das bleibt euch überlassen. Es wird auf jeden Fall zu wild, meine Lieben Freunde. Ihr könnt euch gerne die Clips auf Instagram schon reinziehen, von Mero auf jeden Fall. Bei AZ bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht rausgekommen. Donnerstagabend ist es soweit, meine Lieben Freunde. Haut rein, meine Lieben Freunde. Das war's mit dieser Folge. Ganz kurz und knackig. Peace.